Ja, sie sollten dazu in der Lage sein, denn machen wir uns nichts vor. Schalke ist in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen, aber im Moment halt auch nur in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Wenn man also ganz nach oben will und das wollen sie ja, dann müssen sie also noch eine Schippe drauflegen und da käme natürlich jetzt eine Serie, wie sie ja in der Hinrunde...